Ich möchte einen Hubschrauber freistellen und in ein anderes Bild integrieren. Ich zeige das Beispiel, also dies, der schwebende Hubschrauber und den möchte ich hier einfügen und zwar so, dass wenn ich ihn bewege, das echt aussieht im Sinne von hier die Kabine, die ist durchsichtig und die Rotorblätter, die sind nicht deckend, also auch durchsichtig. Ich könnte den bewegen, es wirkt natürlich und auch im Bereich des Heckrotors muss man durchsehen, das ist beim Original auch so. Es wird einige Schritte erfordern, aber es ist gar nicht so schwierig. Bis zum nächsten Mal.